heiho und willkommen zurück zu freitag der 13 es regnet mal wieder wir müssen unser leben bangen an meiner seite die kathie hallo hey my name is friday friday the thirteenth the game stell mal vor du würdest so heißen hallo mein name ist freitag der dreizehnte das game okay die ist ein bisschen dumm ok so hast du mal mir fällt gerade ein hast du mal den den typen gesehen der in totalen jason outfit friday spielt und er macht natürlich auch nur jason runden nein der ist sehr lustig habe ich mal reingeguckt als dreamer oder was youtube-videos macht er aber immer in seinem jason kostüm mit maske drum und dran da würde mir ein bisschen heiß werden aber gut warum nicht ne also ja es hat auch mal was ne also ja ist auf jeden fall authentisch so kann man dann die leute kennen ja genau so finde ich aber so süß wenn man so eine kleine show draus macht so was mag ich cool so in der cracker geworfen mal wieder weil der starke schnelle doofe typ ja und deswegen lege ich jetzt die batterie da zum auto als du cracker hast war ich okay also ich habe übrigens auch das gas gas falls du haben willst ich habe leider auch kein haben wir hier zwei batterien vor ort liegen schon so wie liegen zwei batterien jetzt wo ist denn wo ist denn das auto naja ich sehe eine batterie liegen daneben ist die andere okay wie gesagt ich kann mit dem benzin herum gut haben wir denn schon einen auto schlüssel zufällig also ich nicht okay alles klar hier war schon auch jemand hätte ich auch so feststellen können nachdem die tür fahrer mit war okay ich habe leider noch keine ah warte mal da vorne ist eine map das ist sehr gut so okay ich fern mal zum ist das auto verwandt oder bist du ja ist es leider oder du bist der sportler typ hey eine map holen das ist eine gute idee so die frage ist ob es sich lohnt es zu entschärfen zu sagen wir nicht sicher die schlüssel haben er nicht noch die schlüssel liegt da hinten liegen schlüssel ich holze oh ja nice für sie das aber wahrscheinlich jemand gerade gestorben also pass auf ja ich höre auch noch musik aber ich nehme an der ist beim haus nehmen an wo die zwei rum tuteln gut dann baue ich jetzt auf jeden fall dann entschärfe ich jetzt eine falle baue schon mal das benzin ein und dann werde ich in das andere treten sobald du hier bist ja ja da ist jetzt schon der nächste gestorben die sicherung liegt jetzt auch da okay ich könnte jetzt der nächste auf dem firm sein ist drin das ding mit und renn zu mir sofort wenn ich es findet wo ist es denn jetzt da liegen sie okay ich hab sie okay komm kommt zu uns gerannt oh mein gott ich konnte wickeln sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut ganz neues hier jemand kommt aufs auto zu vielleicht hat sie jetzt noch gut sie ist rein gerannt ja ich glaube naja wo steht es noch bei mir steht jetzt kriegt er mich oder ja der war deshalb auch heftig ist drin oh gott sie ist noch mal rein gerannt okay wir haben jetzt einmal okay sie hat auch schon schlüssel krass ja doch schon okay er kommt so auf der wird jetzt wahrscheinlich kommen kommt sonst okay wir sind drin oh mein gott okay er fährt los wie viele sind da noch am leben einer einer die zwei sind noch neben uns ne einer ne zwei da kommt auch schon jemand schneller bitte schneller sehr gut er ist drin schokomilch und du ihr seid tot oh sowas von knapp gerade huiuiuiui ich komme als tommy oh ja dann приготовlicht gar nicht zu drinnen in Ovalle ist glaube ich auch partie rette is it sam it's a sam rette us a sam wir sind raus hat okay das sind die da hinten das andere auto braucht noch einer batterie daran gehen Oh shit, einer von euch hat die Sicherung mit. Oder Dings hat die Sicherung, okay. It's the Sam? Wahrscheinlich, ne? Warte, ich guck mal. Ja, sie sitzt auch gerade vor dem Sicherungs-, äh, vor dem Fuseding. Oh, und tritt aber noch in die hintere. Sie hat die vordere Entschärft, tritt aber leider noch in die hintere. Oh, aber als, oh, das wird, das wird schwierig jetzt, weil sie ist gerade nämlich, ähm, die Sportler-Tante und damit das jetzt machen. Du musst zu ihr, dann kannst du das machen. Ja. Ah, gut wäre es, wenn sie die Sicherung da droppen würde und die geben würde. Lauft ihr aufeinander zu? Ja. Sehr gut. Trefft euch in der Mitte. Ah, oh, Vorsicht, Jason ist bei ihr. Im Haus? Ähm, nein, noch nicht im Haus. Doch, nee, nein, nicht im Haus. Du bist im Haus. Ja. Er kommt aber, er kommt zur Vordertür hinein. Vorsicht. Er kommt, er kommt, er kommt. Ihr habt aber beide eine Waffe. Mhm. Das muss bei mir leider nichts heißen. Und er kommt. Und, 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 und. Er kommt und er läuft auf dich zu und, oh Gott. John, John. Ja. Ja, ja, ja. Lauf! Sehr gut. Ja. Okay, lauf, 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 lauf. Ich habe auch eine Waffe. Ich kann einfach mit den Knüppeldingern besser umgehen. Du musst halt, du musst halt vorausahnen. Du musst vorausahnen und schießen. Wo wird der Flix hinrennen? Das ist doch so alle, jeder fünfte Schuss ist mal ein Treffer bei mir, von der Statistik. Ja, das kenne ich. Das ist leider traurig bei mir. Sie ist jetzt wieder beim Klohäuschen. Hm. Mist, wenn ich nur eine Waffe hätte. Ist doof. Okay, sie, sie rennt immer noch bei der Fuse herum und, aber kann sie halt nicht reparieren, weil Skills sind dafür halt für den Arsch bei ihr. Okay. Hat halt mich gerade auch ein bisschen auf den Kicker. Sie schlägt das Ding, weil sie ist frustriert, glaube ich. Also hätte ich sicher auch noch dabei, ne? Ja, ja. Und sie steht direkt quasi daneben jetzt. Hm, okay. Ja, aber kann ich schon verstehen, weil was soll sie da großartig machen? Als Sportler-Tante hast du da echt nicht so viele Möglichkeiten, leider. Das stimmt wohl. So. Oh! Aber du hast ja noch einen, du hast ja noch einen. Ja. Einer hast du frei. Sie will wahrscheinlich, dass du zu ihr kommst. Vorsicht, das Haus ist offen. Hm. Au, 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 au. Da liegt noch ein Stock hinter dir. Okay. Liegt noch ein Wespalschläger. Ah ja, ich hab's gesehen. Vorsicht, oh Gott. Oh, shit. Vorsicht, ihr portet. Ja. Er ist bei ihr, er ist bei ihr. Okay, ich komm. Hat sie vielleicht die Fuse fallen lassen zufällig? Das wär mega gut jetzt. Ne, ich seh's leider nicht. Oh, shit. Das wär mega gut gewesen. Weil dann hätte sie jetzt quasi wegrennen können, dir die Fuse überlassen können. Hm. Ah, ihr seid beieinander. Ihr seid beieinander. Sie hat die Fuse, glaub ich, nicht gedroppt. Ne, noch nicht. Ne, noch nicht. Drop die Fuse. Drop die Fuse. Dann könntest du vielleicht noch... Aber ich weiß nicht, ob du das schaffst. Das wär ja echt... Hm. Ja, es wird halt schwierig. Ja, es wird sehr schwierig. Das kriegt ihr dann auf jeden Fall mit. Er kommt. Vorsicht, er kommt hinter dir. Oh, fast hätte er sie gekriegt. Sehr schön. Schön gestunt. Schön gestunt. Okay, wo geh mal hin? Elf Minuten. Also elf Minuten, 38 sogar noch. Das wird schwierig. Es ist hinter ihr her. Okay. Jetzt sie kommt. Ei, ei, ei. Er ist bei dir, glaub ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bleib cool, Tommy. Tommy hat so eine lustige Stimme. Oh mein Gott. Immer so eine gepresste. Okay. Er ist im Stall, also im Stalker-Modus. Mhm. Da, da. Sie hat dir die Fuse gedroht. Ah, okay. Sind sie mit? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Er kommt, er kommt, er kommt. Oh, oh, oh. Ja, nice, nice, nice. Liegt er? Ich weiß gar nicht. Da liegt sie. Da im Raum drin. Neben dem... Heißt es, ja. Okay, sehr gut. Sehr schön. Vorsicht, Vorsicht. Oh mein Gott. Hast du noch Heilung oder hast du die gerade rausgeschmackt? Ja, hab ich noch, hab ich noch. Okay, jetzt zum Vorsicht, er portet. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, wo ist denn das Ding überhaupt? Beim Klohäuschen. Beim Klohäuschen, okay. Vorsicht, jetzt direkt hinter dir, direkt hinter dir. Mhm. Vorsicht, er Stalker. Oh Gott. Oh mein Gott, da hatte ich mich gerade... Oh, oh, oh. Nein, 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 Tommy. Oh, nein. Oh, fuck. Bam, 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 Tommy. Tommy. Er hat da nur noch geschlagen, ey. Naja. Tja, das war's dann wohl. Ja. Armer Tommy, rest in peace, kleiner Tommy. Immerhin, ihr habt noch gute zwei Minuten gerade eben durchgehalten. Naja, immerhin. Ja, immerhin etwas. Schade. Ja, mein Gott. Der Dexter. Warte mal. Ja, der Dexter war auch schon ganz gut. Der hatte halt verpasst, einfach unser Auto anzugreifen, als er die Möglichkeit hatte. Da war er zu sehr auf dich fixiert. Was unser Vorteil war. Ja, immerhin. Ja. Oh, dann noch eine Waffe. Da liegen aber mittlerweile echt viele Waffen in diesem Spiel, oder? Ja. An jedem Kämpfer ja gefühlt eine. Haben sie erhöht, ja, auf jeden Fall. Ja, aber sie haben ja alles erhöht. Die Dropshanks von den Waffen, die Dropshanks von den Tapes. Sie haben einfach alles erhöht. Wir hatten, John und ich, wir hatten vorhin darüber geredet, weil ja jetzt den nächsten Jigsaw in Dead by Daylight kommen wird. Hatten wir da mal so geguckt, wie viele Erweiterungen es quasi schon für Dead by Daylight gab, jetzt einfach in der Zeit. Und Dead by Daylight kam ja auch wirklich ein gutes Jahr vor Friday. Das, äh, ignoriert man ja auch mal gerne. Ich meine, Dead by Daylight kam 2016, Friday jetzt letztes Jahr 2017. Genau. Also dementsprechend, ich bin gespannt, was Friday noch so raushauen wird. Ja. Bäm. Finde ich mal was so richtig Gutes. Oh, ja. Ja, ja, ja. Oh, das ist aber ein gemeiner Tod. Eww. Ja, das kann schon wehtun, glaube ich. Ah. Ist vielleicht ganz gut gegen Kopfschmerzen. Wenn jemand Kopfschmerzen hat, unterzieht euch doch vielleicht dieser Methodik da. Mhm. Danach spürst du nichts mehr. Mhm. Ist doch gut, oder nicht? Ich glaube, das wollen die Kopfschmerzgeplagten Menschen von heute. Ich muss ja sagen, seitdem das Wetter irgendwie so hin und her und her und hin und so eisig und dann so warm und dann so frühen, habe ich auch mega viele Kopfschmerzen. Ja, das ist ja kein Wunder, ne, bei den Schwankungen. Mhm. Richtig nervig. Man weiß auch nie, wie man sich jetzt anziehen soll. Gerade hier bei uns ist es total stimmungshaft. Ja, es ist ein ewiges Jahr und her. Ja, ja, ja. Heute hat es, glaube ich, den ganzen Tag Schneerei regnet. Dann hat es wieder aufgehört. Dann war es irgendwie glatt. Jetzt ist gar nichts mehr. Ach, keine Ahnung. Ich weiß es doch einfach nicht. Ich habe gerade mit mir selbst geredet. Das finde ich gut. So. Okay. Also irgendwie, mir fehlt es, dass du Killer bist, muss ich echt gestehen, ja. Fehlt mir. Ja. Fehlt mir. Ich werde die Priorität gleich auf ganz hoch stellen. Dann werde ich als Jason total versagen und dann werde ich da ganz runterstellen. Ja, das kenne ich. Ich meine, ich kriege mich immer Überraschungsschlag. Aha. Erhöht deine Chance, Jason mit Nahkampfangriffen zu betäuben. 19% Chance auf Betäuben im Nahkampf. Aber dafür ist 5% die Sprintgeschwindigkeit verringert. Das ist natürlich... Ja, das ist gemein. Ah, das ist natürlich nicht so nett in diesem Fall. Gut, schwimmen und aufspüren. Ich meine, wann gehe ich schon mal schwimmen? Das ist Bullshit. Ich müsste mal wirklich mir eine Minute nehmen. Ja. In der Nähe eines Radios, welches Musikspiel erhöht sich die Ausdauer-Regenerationsrate? Das ist ja auch crazy. Das ist verrückt. Okay. Das ist nochmal so, wenn du Musik hörst, kannst du dich halt besser entspannen und so. Ja, genau so. Kannst du ein bisschen... Hier, das ist aber ganz gut. Selbst bei starker Angst bleibt die Minikarte sichtbar. Zusätzlich wird die Angst verringert. 3% Widerstandsbonus auf Angst. Aber 3% sind jetzt auch nicht so viel, oder? Wie heißt denn der Pirk? Das ist ja richtig gut, weil mir geht das so oft. Nerven aus Stahl. Nerven aus Stahl. Ja, die sind... Das ging mir schon so auf den Keks, wenn die Karte dann nicht mehr so spielst. Ja, ja, ging mir genauso. Ja, ging mir exakt genauso. Aber, äh, ich meine 3%, ich glaube, da gibt es noch einen besseren. Ich weiß gar nicht, welche Farbe hat der Blau. Also ist ja gewöhnlich. Also da gibt es auf jeden Fall noch ein paar Aufwertungen von. Müsste man vielleicht mal gucken. Hast du eigentlich, weil ich es gerade überall wieder lese, ähm, wie heißt der? Your Name geguckt, den neuen Anime. Dieser ganz krasse, der im Kinograd läuft. Ach, das ist der, wo sie so einen Körpertausch machen, ne? Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von dem Ding. Also ich habe nur gehört, Your Name, mega krass gut, muss man sich angeguckt haben. Und ich denke mir nur so, hm, ja, okay. Also ich werde ihn wahrscheinlich irgendwie auf Blu-Ray holen, aber... Den will ich mir auf jeden Fall mal angucken, ja. Ich bin ja sowieso, äh, doch ein recht großer Anime-Fan. Und deswegen muss der irgendwann mal her. Ja, ich muss sagen, wie gesagt, ich gucke echt nicht wirklich viele Animes. Der letzte, oh, ich weiß gar nicht, welcher der letzte war, den ich wirklich aktiv geguckt habe. Ähm, gut, ich habe erst neulich wieder Digimon geguckt. Und, ähm, Avatar, The Last Airbender, der ist auch echt süß, muss man sagen. Die sind halt auch schon alle etwas alter, die beiden. Aber, die sind echt gut, aber... Ja, so richtig filmische Animes, sag ich mal, gucke ich gar nicht. Nein, also ich gucke da nur so eher die, ähm, ähm, ja, also es sind eigentlich Serien mehr, aber schon so mit einer richtig, äh, krassen Thematik. Letztes habe ich zum Beispiel Erased geguckt, der war super stark. Ah, ja, da gibt's, ja. Da gibt's eigentlich so einen Mordfall, aber man tut auch in der Zeit zurückreisen und so. So ein bisschen Butterfly-Effekt-mäßig. Und, äh, also sowas in der Art gucke ich unglaublich gerne. Apropos Erased, lustig, weil, ähm, die gute Pandoria hatte erst neulich auf Twitter gepostet, dass es dazu anscheinend einen Real-Film auf Netflix geben soll. Cool. Also, lustig, weil, ja. Wobei, muss man aufpassen, weil wenn ich an Death Note denke, die Verfilmung, die war ja so unterirdisch. Das geht gar nicht, also das kann man sich wirklich, also ich konnte mir das nicht angucken. Ich hab mir das zwei Sekunden angeguckt und dachte mir nur so, boah, das geht gar nicht. Ja, also wir gerade als Fan von Death Note, das war so ein schöner Anime, also so ein krass spannender Anime. Und wie, die Death-Filme, der hat das so verhunzt, ey, die ganzen Charakter hat das so... Dumm umgesetzt, ich konnte das überhaupt nicht ernst nehmen. Ja, also nee, ich, äh, ich, wie gesagt, ich war auch großer Fan, Death Note war tatsächlich mein, ähm, jetzt wirklich mal von meinen Kindheitsserien, so Digimon und so abgesehen, weil mein erster Anime, den ich je geguckt hab, von meinem Bruder empfohlen damals, hat gesagt, hier, ich weiß, du bist nicht so der Fan, aber guck dir doch mal Death Note an, könnte dir gefallen, hab's mir angeguckt, hab's mir auf DVD gekauft, weil ich sie wirklich so gut fand. Ähm, ich find's wirklich großartig. Gut, die zweite Staffel quasi dann, äh, wo eine Person tot ist und zwei andere für ihn, übernehmen, ne, you know what I mean. Ähm, die fand ich dann schon nicht mehr ganz so gerissen, weil dieser... Ja, ging mir genauso. Zwischen... Oh nein, wir haben Savini, Jason. Boah. Yay! Nee, aber die fand ich dann nicht mehr ganz so gerissen, weil, ähm, da hat mir dieses, dieses ganz intelligente Spiel zwischen Elle und Kira gefehlt. So dieses... Genau. Ah, das war... Ging mir genauso. Das hat mir irgendwie gefehlt und deswegen, äh, war ich da eher so ein bisschen, naja, aber insgesamt war er wirklich verdammt gut und dann hab ich diese Real Life... Und ich wusste schon, als ich diesen Trailer dafür gesehen hab, da dachte ich mir schon so... Ah, ja nicht. Dann hab ich's gesehen und dachte mir so, mh, okay, alles klar. Vor allem, wenn man den Anime gesehen hat, ähm, Kira, der war so ein, das war so ein richtig ernstzunehmender Charakter. Und in dem Film, es war so eine Memme, so eine lachhafte Umsetzung von dem Charakter, die haben den total zerstört, regelrecht. Es war echt... Ich bin so froh, dass ich's mir echt nicht angeguckt hab, also nicht zu Ende, sag ich mal, weil, ich glaub, das hätt ich nicht ausgehalten. So, ich hab, äh, ne Waffe gefunden und ich hab aber auch direkt das Gas gefunden. Das Gas hier soll wahrscheinlich eher für, ähm, für das Boot sein, statt für das Auto, aber ich kann's auch im Auto einsetzen, das ist mir eigentlich Jacke wie Hose. Mhm, mhm. Also, wie du magst. Wir können das tun und lassen, wie du willst. Aber wenn du den Propeller zufällig findest, dann wär's auch cool. Dann werd ich dir sofort Bescheid geben, diesmal guck ich auch ins Bad. So wie das letzte Mal, dass der da... Ja, aber ganz ehrlich, beim Bad hab ich, glaub ich, noch nie nach einem Gegenstand gesucht. Wirklich noch nie. Das ist auch selten, ja. So, Frage ist, Boot oder, ähm, Boot oder Auto? Ja, normalerweise Auto, ne? Ja, aber, ähm, Boot wär halt immer so ne gemütliche Sache meistens. Ja, total. Vor allem, weil das Auto wahrscheinlich wieder... Äh, shit, leck mich am Arsch. Er ist bei mir. Das ist doch jetzt nicht dein fucking Ernst. Wieso kommt er denn hierher? Hm. Oh Gott, ja, er kam hierher aus einem einzigen Grund. Und zwar, weil er den dämlichen Generator machen wollte, der hier mitten, mitten in diesem Mittelding. Okay. Oh Gott, ne, ich weiß nicht, wie ich das überleben soll. Ja, ich bin leider auch ziemlich weit weg anscheinend. Hallo. Oh Gott. Oh Gott, ich liebe, ich hasse mein Leben. Hallo. Hallo. Er will Sachen nach mir werfen. Dann hast du wahrscheinlich noch der Chasen. Okay. Er will Sachen nach mir werfen, er hat mich aber nicht getroffen. Gut für mich. Ach, Mist, hier war schon jemand. Moin. Er ist hinter mir. Okay. Ja, er läuft direkt hinter mir her. Ist natürlich ungeil, weil ich hab nicht so viel Energie und ich komm hier echt scheiße. Du siehst, wo das Gas liegt? Genau da bin ich. Nee, ich seh's noch nicht. Ja, genau da bin ich, wo das Gas liegt. Okay, Mist. Meine Aussäure-Generation ist für den Hintern, ey. Mhm. Ich würde ja gerne irgendwie Krach machen, aber... Er ist weg. Er ist weg. Okay. Er ist weg, er ist weg, er ist weg. Er ist wahrscheinlich beim Auto. Ja, da wurde der Tank eingefüllt, wahrscheinlich deswegen. Okay, ich schnapp mir den Tank und geh zum Boot damit. Mhm. Mega laut bin ich zwar, aber ist egal. Also, wenn du jetzt den Propeller findest, wäre ich dir sehr dankbar. Ja, wäre schön. Ich bin gerade bei den zwei Haupthäusern. Boah, hatte ich gerade ein Glück, ey. Boah, ich bin so langsam, ey. Da laufen zwei Leute zum Boot. Mhm. Vielleicht haben die ja den Propeller. Ja, haben die auch. Okay. Was mach ich denn jetzt? Was mach ich denn jetzt? Was mach ich denn jetzt? Ja, du bist fort mit denen. Ja, aber die sind halt zu zweit. Egal, du hast das Gas. Ja, der andere hat die Batterie. Der Typ hat die Batterie. Ja, das brauche ich mal fürs Auto. Das soll da herkommen. Ja, ja, ja. So. Also, ich fülle es jetzt trotzdem rein. Okay. Dann können die meinetwegen auch damit wegrennen, aber... Haha. Ich bräuchte mal nur noch Schlüssel. Okay, ist drin? Mhm. Ich kann auch gerne gegen die Batterie tauschen. Das ist mir auch wurscht. Aber es... Die kommen nicht zurück, also... Da unten liegen die Schlüssel. Was ist denn jetzt passiert? Ich sehe nicht die Schlüssel. Siehst du... Oh. Was ist los? Das war jetzt dumm von mir. Ach, ich bin aus dem zweiten Stock gesprungen. Ja, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Keiner will zum Boot. Keiner will zum Boot. Nicht? Okay. Nein, niemand kommt zum Boot. Okay, dann komme ich. Stimmt, die rennen jetzt alle gezielt zum Auto. Ja, ja, deswegen kommt zu mir. Okay. Danke, Tanjana, für den Propeller. Du weißt, wie du dann fahren musst? Ich glaube, es ist ein weiter Weg, oder? Ja, es ist ein recht weiter Weg, aber das könnten wir schaffen. Okay. Vor allem, wenn die anderen jetzt das Auto machen, dann haben wir vielleicht die Chance. Mhm. Ich bin ja auch gemein. Ich habe mich extra versteckt mit dem Benzin. So, so. Ja. Also, ja. Dann wäre halt so die Frage gewesen. Ja. So, start schon mal. Dann wäre halt so die Frage gewesen. Ja. Bin da. Okay. Steck rein. Mhm. Okay. Fahr uns in die Freiheit. Ja, ich versuch's. Guck mal, wir haben fast die gleichen Haare. Stimmt, Mann. Stimmt ja wirklich. Okay, wir müssen leider echt einen sehr weiten Umweg gehen. Mhm. Noch ist alles ruhig. Ja. Ach. Wäre ja fast idyllisch hier, wenn man nicht, äh... Wenn man nicht fast sterben würde? Die Angst im Nacken hätte, ja. Ich spiel mir die ganze Zeit an, ich höre diese Musik, aber... Nee, alles Gute schaffen wir. Alles cool. Ja, mega easy. Yay. Wuhu. So, ich habe, ich habe uns, ähm, das Benzin ergaunert. Also, nein, eigentlich, ich habe es, ich habe es gerechter hingebracht. Ich habe uns nur... Ja. Ich meine, die, ich hat ja sogar, ich bin ja sogar weggelaufen. Und damit, ähm, war ja sogar so, sozusagen, für die anderen frei, eh. Ja, alles gut. Aber die wollen anscheinend gerade so ein bisschen Jason ärgern, habe ich das Gefühl. Ja, sieht aus. Weil der wird gerade die ganze Zeit geschlagen. Oh, ich glaube, ich habe Savini, Jason, noch nie ohne Dings gesehen. Noch nie ohne Maske. Mhm. Kann man dem überhaupt die Maske abschlagen? Bestimmt. Oh mein Gott, krass. Die AJ stand, stand richtig gut. Sie setzt gerade die Batterie ein. Sehr gut, das soll sie schaffen. Oh, sie hat verkackt. Und er kommt, und er kommt, und sie hat's, aber sie hat's, sie hat's, sie hat's. Oh, gut, gut, gut. Oh nein, richtig gut. Sie hat's. So, wer hat die Schlüssel? Das weiß ich nicht. Nachnehme ich da. Dexter ist als Tommy wiedergekommen. Mhm. Ich fand meine Taktik irgendwie lustig, dass ich das Gas versteckt habe. Oh, nice. Oh, ich will wissen, wie der ohne Maske aussieht, ey. Ich glaube, die wollen uns auch ein bisschen drauf anlegen. Ja, ich glaube auch. Oh, Vorsicht. Oh. Da wurde einmal erschossen. Tommy ist, Tommy ist on scene. Mhm. Come on, Tommy. Rede sie alle. Ja, also, sie bräuchten halt immer noch den Schlüssel. Aber hast du nicht gesagt, du hast den Schlüssel gefunden? Ja, der lag beim Auto. Ja, der muss ihn ja irgendjemand haben. Mhm. Vielleicht Schokomilch. Ach, dumm. Wer auch immer, derjenige sollte versuchen, mal loszufahren. Ja. Was ist das? Wir haben durch. Und alle rennen sie raus, wie die kleinen Entchen. Nack, 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 nack. Viele versteckte Möglichkeiten haben sie jetzt hier nicht mehr. Nee, ja. Entweder. Oh, die AJ, die stolpert bedenklich. Oh, sehr gut. Tommy hat ordentlich gestunt. Mhm. Hat dann wirklich niemand die Schlüssel? Das kann doch nicht sein. Wenn die da doch schon lang, muss sie doch niemand haben. Ja, eigentlich schon. Und ich hatte sie nicht und du hattest sie nicht. Was ist denn los hier? Keiner hat sie. Doch, jetzt hier. Jetzt. Nice. Tatjana hat die Schlüssel. Tommy muss zurückbleiben. Schütz den Fahrer. Tommy will nicht zurückbleiben. Okay, ein Platz wäre noch frei. Oh. Oh, Tommy rennt die Falle rein. Ups. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Was macht ihr denn da? Vorsicht. Oh, Leute. Oh, Leute. Oh, Leute. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, mein Gott. Was machen sie denn da? Sie sind wie aufgeregte kleine Häschen irgendwie. Ja, das ist echt lustig. Puzzle, Puzzle, Puzzle. Also klar, sie schlagen ihn gerade zu drei. Okay, Tommy ist free, aber jetzt gleich wird er wieder gestunt. Ein Platz wäre noch frei. Ja. Oh, Gott. Ja. Und direkt wieder gestern. Sehr schön. Auto geht direkt wieder an. Quick, 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 quick. Und sie fahren. Jetzt aber. Sie fahren. Fahrt weiter, fahrt weiter. Die anderen wollen zurückbleiben. Sie wollen zurückbleiben. Wachtest du schon, warum? Weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich wollen sie ihn wirklich anmasken. Anmasken. Das ist auch so ein schönes Wort. Jason kommt. Ja, oh. Aber ohne Witz, also, ähm, dieser Jason hat mir jetzt so ein bisschen die Angst vor Savini Jason genommen. Ja. War jetzt nicht so mega übertrieben. Mhm. Irgendwie immer, wenn alle Savini Jason spielen, dann hat man immer so das Gefühl, dass, ähm, ja, dass alle voll verrückt sind. Oh Gott, ich sehe schon, einer wird gleich überfahren. Aber der Tommy, der macht die Dinger verdammt schnell an, ne? Ja, vielleicht hat er den Perk drin. Oh. Ups. Oh ja, oh ja. Ja, sehr schön. Oh, sehr schön. Und er fährt einfach nur mit einer anderen Person. Aber Tommy. Tommy, du musst doch eskortieren. Das ist so nicht. Das geht doch nicht. Das geht nicht, was du da tust. Oh Gott, Tommy, was tust du da? Oh Gott, Tommy. Oh Gott. Was? Nach links abbiegen ist schon schwer. Hä, aber das ist jetzt echt ein bisschen kacker. Hä, wo fährt er denn? Hinten ist doch nicht der Ausgang. Nein, Tommy, nein, das geht nicht. Das ist definitiv nicht der Ausgang, Tommy. Ja, da wolltest du halt mal probieren, ne? Ob man das mit dem Auto da aufmachen kann. Und direkt hier von hinten wird er nochmal... Nochmal, ja, nochmal. Irgendwann geht's auf. Kommt. Also ich glaube, der Tommy trollt. Also irgendwie habe ich es gefährt. Ja, also das ist jetzt... Okay, ja gut. Oh Mann. Ich meine, ja. Okay. Ja, so zweimal gegengefahren, so ein Tor geht nicht auf. Okay, dann halt nicht. Seltsam, seltsam. Und so, ich mir was Neues. Alter, der... Das macht er doch mit Absicht. Tommy. Das ist also... Entweder ist er betrunken, fürchterlich krass betrunken. Komm, er kann auch zwei Leute mitnehmen. Wer ist denn der Tommy gerade? Dexter ist doch der Tommy. Die anderen... Die anderen wollen aber nicht einsteigen. Da, immerhin. Schucke mich, steigt noch ein. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Idee ist, da hinzusteigen. Ich weiß auch nicht. Ah! Eieiei, da kann man ja nicht tun sehen. Nein, nein, nein. Nicht aussteigen, nicht aussteigen, nicht aussteigen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Die sind alle tot. Dieser Tommy, den finde ich ein bisschen suspekt. Ich weiß auch nicht. Irgendwie kann ich verstehen, warum die anderen zwei... Oh, sie haben sich den Pullover geholt. Sie wollen wirklich Jason töten. Okay. Das ist der Plan anscheinend. So, Tommy. Okay, Tommy, jetzt ist genug. Ich sollte es jetzt nicht mehr Auto fahren. Das reicht. Go home, you're drunk. Ja, Tommy ist ziemlich tot und damit haben sie es jetzt aber auch versaut, die Möglichkeit, Jason zu töten. Okay, aber... Stimmt, ja. Das geht ja dann auch nicht mehr. Nee, leider nicht. Es wäre cool, wenn das jeder männliche Charakter machen könnte, aber dann wäre es ja auch langweilig. Irgendwie schon, ja. Ja, leider. Schade. Ja, wäre gut gewesen. Aber ich meine, sie haben ja auch nicht mal die Maske ab. Ich will erst mal, dass sie die Maske abschlagen und dann möchte ich wissen, was dann wie der Typ aussieht. Das ist erst mal so meine Priorität number one. Oh, ist das Schokomilch? Oh, mein Gott. Oh, das war... Das Fenster habe ich auch mal genommen. Oh. Das war jetzt aber fies. Was war denn das für ein Tod? So war es selbstmordig? Durch den... Ja, durch den Sturz. Aber das ist ja lächerlich, Mensch. Ah, guck mal. Sehr gut. Sehr schön. Die anderen zwei sitzen im Auto. Vielleicht sind die nicht ganz so betrunken. Ja, es sieht schon ein bisschen sicherer aus. Ja, Gott. Ja, okay. Der Typ ist so hässlich. Hat er jetzt seine Maske verloren? Er sieht so maskenlos aus. Ich bin mir nicht sicher. Aber bitte nicht da auch ranfahren, wo Tommy rangefahren ist. Das bringt es nicht. Also bei mir ist, sobald jemand ein Auto anhat und damit wegfährt, ist es Free Win für den, weil ich Autos nicht anhalten kann. Ja, geht mir ähnlich. Vor allem auf der Hauptstraße hast du dann null Chance mehr. Was machen die denn da? Also langsam wird es... Die machen so ganz verrückte Taktiken hier. Äh, funktioniert. Ich meine... Vielleicht haben sie keine Map und keine Ahnung, wo sie hin müssen. Man weiß es ja nicht. Also man fährt dann einfach überall hin. Ja. Jetzt bitte nicht nach links. Ich glaube, das war... Da ist niemand mehr. Da sind alle tot. Ja. Ah ja, cool. Haben sie eine sehr interessante Runde gedreht. Mhm. Aha. Und wir gucken so und denken so, mhm, mhm, mhm. Aber immerhin. Jetzt schön weiterfahren. Und irgendwann... ... hat mir die Hauptstraße. Yay. Und da sind sie auch schon draußen. Tatsächlich geschafft. Ja, das war ja eigentlich ganz gut von den beiden, muss man sagen. Also... Ja. Ich kann verstehen, warum sie vorher nicht mitwollten. Bei dem verrückten Tommy. Ja, der... Ich weiß nicht, wo der seinen Führerschein gemacht hat. Wahrscheinlich gar nicht. Der hatte gar keine Zeit für seinen Führerschein. Der musste immer Jason jagen. Ach so, ja. Da muss man das akzeptieren. Good for everybody. Ja. Thank you. Thank you, little Dreckin. Bin ich entkommen? Ja, wir sind entkommen. Ja. Ich habe mich gerade gefragt, mhm, haben wir was gemacht? Ja, wir haben was gemacht. Ja, wir haben tatsächlich etwas hingekriegt in diesem Match. Mal wieder. Sehr schön. Ja. Also, ich muss sagen, hier, die 900 Pünktchen. Und ich bin bald Level 57 oder so, glaube ich. Oh, yeah. Also, es läuft, es läuft, es läuft. Sehr gut. Und mein Büchlein fällt runter, weil es hat Angst vor Jason gerade bekommen. Oh. Ach, John. Meinst du, du wirst jetzt auch mal wieder Killer? Ja, ich bin bald 57. Nice. Oh, yeah. Meinst du, du wirst auch... Na, mal schauen. Ja. Also, das nächste Mal stelle ich es dann noch höher. Es steht ja, wie gesagt, gerade auf dem Mittel. Mhm. Und dann lassen wir es drauf ankommen. Ich bin gespannt. So. Ach, Mensch, Mensch, Mensch. Angriffsschaden erhöht. Das soll ich auch mal machen. Chance auf betäubendem Nahkampf. Das finde ich schon eigentlich gar nicht so schlecht. Mhm. So, aber die waren wirklich gut. Also, Garpi und Tatjana Evans, die waren nicht schlecht, Herr Spicht. Ja, haben sie gut gemacht. Wie gefällt dir denn eigentlich deine Randomigkeit? Ich habe halt immer Angst, wenn ich jemanden doofy bekomme, habe ich halt immer so ein bisschen an. Oh, keiner der Charakter ist doof. Naja, manche schon. Ja, das stimmt, aber das dürfen wir denen nicht sagen. Ja, natürlich nicht. Ja. Aber ja, es ist eigentlich ganz lustig, auch mal andere zu spielen. Ja. Verstehe ich. Mache ich nämlich auch gerne. Mhm. Schalalalalala. Gucken, wen es mich heute erwischt. Also, ich sage jetzt voraus, es wird bei mir... Hach, wer wird es dann bei mir? Ähm... Es wird bei mir... Mhmm... Volusche Flusche. Den hatte ich auch noch nicht. Hatte ich heute ja schon zweimal, also... Ja, deswegen könnte ich jetzt den Volusche Flusche-Typen haben. Und es ist... Ah, die Sportlerin, schade. Das war eigentlich so mein erster Tipp, dann dachte ich mir aber so, nee, nicht schon mehr die Sportlerin. Ja, jetzt habe ich leider auch jemanden bekommen, der schnell ist, ähm... Aber nun gut. Hm, ich bin Jenny Meyers in diesem Märchenkostüm, oder was das ist? Ah, ich habe mittlerweile die ganzen Kostüme ausgestellt, muss ich sagen. Ja. Die gingen mir nämlich zu sehr auf den Keks. Es sah einfach irgendwie komisch aus, wenn die Charaktere dann bei mir im Regen mit den Kostümen herumrannten und ich dachte mir nur so, hm... Okay. Hello. Hello. So, Schlüssel habe ich schon. Oh, nice. Sehr gut. Wir starten eigentlich ganz gut in die letzten Matches, finde ich. Wir finden immer was direkt. Wir haben, äh, auch mal Tapes noch gefunden. Ich meine, ich habe jetzt noch zwei Tapes irgendwie. Eins davon gehörte Tommy. Mhm. Das heißt... Gut. Das ist schon nicht schlecht. Grundsätzlich, finde ich, haben wir uns ein bisschen verbessert, so von unseren Runden her und unseren Fahrkünsten. Ja, ja, von Fahrkünsten könnte ich jetzt bei mir nicht sprechen, aber ja, 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 ja. Da hast du auch schöne Runden hingelegt. Schöne Runden meinst du, schöne Drehrunden mit dem Auto. Nee, 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 ich meine das überhaupt nicht ironisch. Ja, gut, das eine, ne, da konnten wir ja nichts dafür, wo das Auto sich selbstständig gemacht hat. Ja, das Auto wollte nicht entkommen. Das dachte ich nicht so, nö. Das war wie das Harry Potter Auto, was ich dann einfach so dachte, nö, das will ich nicht. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Mann, kletter doch nicht raus. Ich wollte doch, da hast du die kackige... Hier, mach das. So. Also bisher... Flaute bei mir. Bei mir auch. Oh, ich habe die Fuse. Doch nicht so viel Flaute. Hey. Aber die kann ich nicht einbauen. Also es geht nicht. Die muss ich droppen dann. Mhm. Das wäre sonst so bullshittig, wenn ich anfangen würde, das Ding einzubauen. Okay. Okay, ähm, weißt du dann, hast du dann... Auf welcher Map sind wir eigentlich? Oh, die fallen... Ich bin schon wieder. Gehen nicht. Ja. Ich bin schon wieder. Ja, 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 warte mal. Ich versuche es mal jetzt mit deinem Trick, dass ich beide gleichzeitig halt tue. Nee. Blöde Fallen. Nee. 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 Also, egal was ich tue. Okay. Bekommst du nicht vor die Tür gestellt. Das ist eine buggyige Kacke hier mit den Fallen. Schade. Ja, ist mega schade. Äh, hast du einen Plan, wo das Fuse-Haus ist? Zufällig? Nee, leider nicht. Also es ist auf jeden Fall nicht bei, äh, Burrell Lane oder Cunningham Road. Da, die Häuser habe ich schon gecheckt. Da ist nichts. Mhm. Okay. Da bin ich nämlich auch. Oder ist Jason auch? Mhm. Mhm. Seid ihr beim Auto? Nee. Ich bin gerade bei einem dieser Lager-Camps, bei den Lager-Camps, ich bin gerade bei einem dieser Camps. Mhm. Ah ja, stetig, ja. Ich gehe mal nach hinten zu dem, zu dem Dings, zu dem, äh, Häuschen, zu dem Klohäuschen. Da war es ja beim letzten Mal auch. Ja. So, hier ist die, beim 2 ist die Batterie drin, okay. Sieht nicht danach aus, als wenn es hier wäre. Mhm. Mhm. Arg. Nee. Da hat jemand, äh, das Benzin droppen lassen. Oh, das ist, okay. Vielleicht komme ich da hin. Vorsicht, da ist aber Jason auch gerade am Start. Na, dann warte ich noch kurz. Ähm. Das war ja dann nämlich fertig machen. Okay, ja, können wir machen. Ähm. Ja, können wir machen, können wir machen. Mhm. Ich komme mal in Richtung jetzt von dem, ähm, Repair-Tool-Haus. Ah. Mhm. Laufe ich jetzt langsam hin. Und vielleicht haben wir ja Glück und da ist dann vielleicht das Fuse-Haus. Mhm. Könnte aber auch ganz woanders sein. Also die biken sich da glaube ich gerade alle bei dem Benzin mit Jason. Wenn ich richtig gesehen habe. Vielleicht jetzt noch nicht hin. Ja. Sonst ist die Lage beruhigt. Wäre vielleicht dumm. So, wie geht's dem? Das andere Auto ist noch gar nichts gemacht. Okay. Tommy wurde schon gerufen? Ja. Sehr gut. Tja. Okay. Da ist halt nichts. Auch beim Tool-Haus ist glaube ich nicht. Ja, hier ist das vierer Auto. Das glaube ich auch nicht. Hier bin ich. Hallo. 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 Hast du irgendwo das Ding gefunden? Nee, leider nicht. Das muss doch irgendwo sein. Also es ist nicht beim, beim Klohäuschen gewesen. Unten bei Camp Hillbrook war es nicht. Ja. Okay. Was hat der gefragt? Was hat der gefragt? Ich habe es nicht verstanden. Ich auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass da oben hinten beim... Ist das große Haus schon überprüft? Große Haus gibt es ja hier nicht in dem Sinne. Stimmt. Ich gehe mal da ganz oben in den Norden zu dem einen Häuschen. Ah, du kommst mit, okay. Ja, wenn musst du es eh einbauen. Ich weiß gar nicht mehr, wie gut da... Ja, besser als meine auf jeden Fall. Ja. Vorsicht, hier liegt eine Falle beim Zweier. Mhm. Na sag mal, irgendwo muss das Kackhaus so sein. Ja, vielleicht ist es wirklich da oben. Bei dem ganzen Norden war ich nämlich nicht. Ja, ja, da gehe ich kurz gucken. Jemand hat das Gas jetzt wieder in der Hand. Abwarten. Gehst du mal bei den anderen Häusern da rund ums Zweier nochmal gucken? Mhm. Weil irgendwo muss das Ding noch sein. Kommt da jetzt... Kommt die mit dem Gas? Ja. Schokomilch. Okay. Warte mal, ich mache hier die Falle weg. Ja. Also, ich glaube, ich habe es dann auf jeden Fall krass übersehen, das Haus bisher. Ich werde dann wohl fahren. Ja, ja, mach ruhig. Mal gucken, wie. Ähm... Ah ja, einfach rechts rein. Okay. Okay. So, wir fahren los. Ja. Gucken, wie lange es gut geht. Ah, ich habe es gefunden. Nee, ich habe es nicht gefunden. Hätte es jetzt gut Zeit, weil... ...her ist hinter uns her. Oh, da hat es sich perfekt misst. Da hat es sich sehr gut... Problem ist so, ich finde es halt nicht. Ich habe leider keine Waffe, es tut mir leid. Ähm... Ja. So traurig, wie es ist, ich hätte wieder einen Platz frei. Ich habe keine Waffe. Ich konnte Schokomilch nicht helfen. Ich bin mega langsam gerade. Okay. Ich bin mega langsam. Fahr nochmal ein bisschen. Warte, ich muss mich überfahren. Vorsicht. Ja, warte, fahr an mir vorbei. Ja. Jetzt. Okay. Ja, ich komme nicht hinterher. Ich bin mega langsam. Ja, ich warte trotzdem, bis jemand einsteigt. Ah, da ist er. Vorsicht, Leute, ich muss zurückfahren. Vorsicht. Jetzt hänge ich fest. Jetzt hänge ich fest. Fuse auch einfach hier. Kann ja nicht mehr sein. Jetzt. Oh, ich... Vorsicht, du glitschst ein bisschen. Ja, ich hänge da ein bisschen fest. Dann kann er mich gleich auch nicht rausziehen. Probier's mal. Kann ja natürlich möglich sein. Ja, ging gut. Warte mal. Du konntest jetzt einsteigen. Ja, ja, ja. Ich bin neben dir. Komm. Warte, ich kann... Doch, jetzt. Okay, ich bin drin. Du stehst im Auto. Okay. Oh, Vorsicht. Ach, komm schon. Hä, wieso denn doppelt? Das hab ich jetzt auch nicht kapiert. Ich... Okay, ich kann jetzt grad gar nichts mehr so richtig machen. Ja, mach noch ein bisschen. Bin ich wieder im Auto? Ich jetzt auch noch mal. Was ist los? Okay. Steigt jemand ein? Ja, warte. Warte, warte, warte. Tommy... Äh, die wollen ihn, glaub ich, killen, wenn ich richtig gesehen hab. Okay. Ansonsten fahr halt mit dem Auto schon mal dahin irgendwie so ein bisschen. Ich bleib nochmal hier. Hm, okay. Ja, gut. Ihr könnt ihn natürlich auch töten, wenn's klappt. Ja, ich weiß nicht, ob's klappt. Hm, ich werd das Auto schon mal parken und... So, ich bin einmal angehittet. Ich bräuch jetzt auch noch irgendwie eine scharfe Waffe. Ah ja, sehr gut. Face ist gezeigt. Ja. Okay, ich komm zu euch. Aber der Pullover ist, glaub ich, weg. Hä? Hatten die den nicht grad eben noch an? Ja, der Pullover ist weg. Dann kommt die mal zum Auto los. Ja, ja, ich, ich komm gelaufen. Also ich glaube, sie haben den Pullover leider schon Verbrauch gehabt. Okay. Wo ist denn das Auto? Du bist einfach den Weg lang, ne? Beim Ausgang, ja. Ah ja, okay. Schade, weil jetzt war Tommy da und alle waren da und... Alles wäre gut gewesen. Ich entkomme mit dir und werde niemals herausfinden, wo das Fuse-Haus war. Das war aber auch wieder sehr seltsam, Bucky. Ja, ich hab's auch nicht gerafft. Aber irgendjemand hat die Fuse mitgenommen, also... Okay. Irgendjemand scheint zu wissen, wo's ist. War gut. Aber schade, weil ich glaube, sie hatte doch den Pullover an, oder nicht? Oder hab ich's mir eingebildet? Also ich glaube, sie hatte den Pullover an. Ja, ich hab ihn auch kurz gesehen, dass ihn jemand anhatte. Aber wahrscheinlich hat sie ihn zu früh benutzt oder so. Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich. Oder warte mal, nee. Also meiner Meinung nach hatte den irgendjemand gerade an. Schade. Das wäre wirklich noch ein schöner Abschluss des Parts gewesen, wenn wir nochmal einmal Jason gekillt hätten. Wirklich schade. Da ist der nächste drauf. Der Dragon stirbt. Oh je, oh je, oh je. Gesundheit. Gesundheit. Ja gut, neun Minuten... Oh, leider nicht getroffen. Schade, aber... Neun Minuten 41 sind's noch. Ich meine... Ich find das so verwirrend, dass ich dieses Ding nicht gefunden habe. Ja, das ist echt komisch. Ich wette, das war dann doch hinten bei dem Tool-Haus und da ich nicht komplett einmal rumgelaufen bin. Kann schon sein, ja. Aber sie, äh, schlagen sich ganz gut bisher. Also muss man einfach sagen. Ja. Wir sind auch, glaube ich, ein Team da, dieser, äh, Garipi und Tatjana Evans. Scheinst du, ja. Schokomilch, Schokomilch, macht, was alle Schokomilchen macht. Springt herum, ist nicht dumm, ist ne leckere Schokomilch. Oh ja, sie ist die Schokomilch. Was ist denn das? Ach, Spider-Man. Ich dachte gerade, was singe ich da eigentlich für ne Melodie? Aber jetzt weiß ich, okay, acht Minuten 47. Also, ja, ich meine, wenn sie jetzt vielleicht zusammenhalten, immer Waffen finden, sich verbarrikadieren könnten, sie es ja eventuell schaffen. Das wäre schön. Oh, Schokomilch ist in die Fänge und ist tot. Oh. So viel zum Thema Zusammenhalt. Sie haben Schokomilch verraten. Tschüss, Tobi. Wiedersehen, Tommi. Ah. Ja, es sind nur noch die beiden. Naja, die machen jetzt Hausparty. Ja, ich denke auch. Also, ich denke, die werden die acht Minuten jetzt einfach so durchziehen und einfach schlagen und weglaufen und noch mehr schlagen. Oh, der war gut. Der Report war sehr, sehr gut. Respekt. Oh, das ist geil gewesen. Hast du gesehen? Dadurch, dass der ihn nochmal angehittet hat, wurde quasi, ähm, das, äh, das, 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 ja, die, der Stun, sage ich mal, von dem Messer reduziert. Ja. Also, er hatte ja ihn mit dem Messer angegriffen. Und er hatte sie dann rausgeholt und dadurch ist er interessant. Interessant, ja. Oh, ich hasse es, in Häusern rumzuporten. Das kann ich nämlich nie. Ja. Geht mir ähnlich. Komm, ein Kaminkill. Ja. Ein Kaminkill. Schalalalala. Jetzt gehen sie doch mal aus dem Haus raus. Ja. Ich meine, wenn sie Lust hätten, könnten sie auch noch das, äh, Vierer-Auto zusammenbasteln. Ja, Schlüssel haben sie auch, von daher. Wer nicht wagt, wer nicht gewinnt. Oh ja, noch ein Messer am Start. Gut. Aber mich beschäftigt das mit diesem Fuse-Haus ganz doll. Mhm. Sieben Minuten sind es noch. Bleibt zusammen. Oh, jetzt schlägt er nur noch. Ja, kann ich aber verstehen. Irgendwann hätte ich auch keinen Bock mehr, die zu grabben nach 50.000 Messern. Hm, dürfte schon etwas gefürzt sein. Es fühlt sich wirklich immer so an, als wenn es 50.000 Messer wären, obwohl es nur zwei waren. Aber da denkst du dir jetzt mal so, ja, jetzt habe ich ihn gegrabt. Jetzt hast du einen richtig guten Moment. Und dann hat der Junge oder das Mädchen einfach nur lacht, weil es ein Messer hat. Und längst einfach nur so Kacke. Oh, gerade habe ich über irgendwas richtig Geiles zu essen nachgedacht. Aber ich weiß nicht, über was ich nachgedacht habe. Kennst du das, wenn du über so ein bestimmtes, wenn dir so ein bestimmtes Essen quasi in den Sinn kommt, der Geschmack von einem bestimmten Essen, aber du gar nicht gerade weißt, welches Essen das war? Ja, das kann einen manchmal richtig verrückt machen, bis man es dann weiß. Ja, ja, ja. Ich überlege auch gerade, welches Essen das gerade war. Also, sie haben noch Heilung? Hm, ich denke schon. Hups, was war das? Was war los? Was war los? Weiß nicht. Ich glaube, es ist nur gestolpert. Oh, jetzt ist aber... Das ist aber auch ein hässlicher Jason. Ja, allerdings... Es tut mir leid, du bist echt nicht hübsch. Okay, Tatjana ist die Letzte. Tatjana wird sich jetzt selbst opfern, weil sie nicht ohne Gafi leben kann. So würde es mir gehen, so würde es mir gehen. Endzeit-Romantik. Ja, ja. Ich meine, wir wurden schon gekocht und gegessen und alles rundherum und... Mensch, was wir schon alles erlebt haben, ne? Ja, ja. Unsere Geschichte ist lang und intensiv. Ach, ich muss irgendwie immer sagen, ich trau mich nie, Jason irgendwie anzugreifen. Keine Ahnung. Obwohl es eigentlich schlau ist, den dann einzugreifen, wenn er durch die Tür kommt. Dann ist es auch am wahrscheinlichsten, dass es klappt. Ja. Na, vielleicht hat sie nur noch Chance. Fünf Minuten und 23 Sekunden. Gehen wir nach hinten zum Toolhouse. Ich möchte wissen, ob da die Fuse gewesen wäre. Geh mal, bitte. Das Problem ist, sie hat nicht mehr so viel Ausdauer. Oh, schöner Port. Schöner, schöner, schöner Port. Sehr, sehr punktgenau. Sehr, sehr gut. Das wird honoriert. Sehr vorausschauend, ja. Das war wirklich ein gegönnter Kill in dem Fall, weil das war wirklich schön. Ja. Und da fliegt sie. Ach ja, mein lieber John. Das war es leider auch schon wieder für diese Folge, werte Freunde. Die Zeit vergeht einfach immer so schnell. Und ja, wir hoffen, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns dann natürlich nächste Woche wieder zu einer neuen Folge von Freitag, der 13. Und ja, mal sehen, ob wir dann auch überleben werden oder ob wir gnadendurch scheitern werden. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Woche. Wir sagen jetzt Tschüss. Tschüss. Oh, ich glaube, ich werde noch ein Level. Oh, ich bin noch ein Level. 57. Nice. Okay, Tschüss. Oh Gott, du bist so krank. Ja, ich bin noch ein, 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 ich bin noch ein.